Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So Leute, ich würde sagen, wie versprochen, wir machen hier oben mit der Hauptmission weiter. Und danach würde ich sagen, machen wir mal dann die Türme hier in dem Bereich und schauen mal, was uns dann sonst noch so erwartet. Gut, dann schauen wir doch mal. Servus Leute. 400 Meter, das geht ja nicht. Die müssen doch gleich da sein. Die Fehler halten schon wieder. König des Swings. Oh, jetzt ist mein Controller wieder abgestürzt. Immer kurz warten. Okay. So, ich weiß nicht, was das ist, Leute. Immer wieder mal stürzt mein Controller hier ab. Oder verbindet sich nicht. Keiner verliert einfach die Verbindung zur PS4. Das ist aber erst, indem ich die Po habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht wisst, was das sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch im Internet schon ein bisschen nachgelesen. Haben anscheinend mehrere das Problem, aber eine Lösung gibt es anscheinend noch nicht. So, Aktionshaus betreten. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Okay. Juri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorgt dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Mal schauen, wie ich die ausschalten kann. Ich kann hier nichts machen. Wie sicher geht denn da lautlos? Oh Gott. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Halt der L2 gedrückt, um auf den Boden zu zielen. Drücke R1, um den Netzschießer abzufeuern. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ich hoffe, die Typen wollen sich nicht Pinkpins Revier unter den Nagel reißen. Ich hatte auf ein glückes Wochenende gehofft. Okay, sie gar nichts. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Okay. Vielleicht muss ich, ist hier noch jemand? Oh, Vorsicht. Ich habe durch den Tektor hinter Gegnern. Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Die Schuhe ist am Ende. Hier ist noch jemand. Verstand. Sie muss die Achse haben. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Los, Piet. Die bösen Jungs werden langsam böse. Gehen wir mal. Sorge dafür, dass du von Gegnern hier entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Hey, was ist das? Futterapparat? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, ein Cent für jedes keine Bewegung und... MJ, oder? MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Äh, aha. Ich werde es dir erklären. Äh, Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Nee, hat aber so umgesponnen. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Okay, muss ich jetzt stören? Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Tatami-Rüstung, 15.100. Angeblich getragen von einem mächtigen Samurai, der glaubte, dass der Zweck die Mittel heiligt. Okay, da hinten ist noch was. Theatermasken, 18. Jahrhundert. Eine Gruppe von No-Masken... Ich verstehe ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können, ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Eine Gruppe von No-Masken aus der Edo-Zeit. Am bemerkenswertesten ist Buako, der Dämon mit dem sorgenvollen Augen. Okay. Ah, der Helm schaut schon cool aus, doch? Später. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Okay. Ist japanisch angehaucht hier? Geil. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Okay. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Kyoto. Kyoto. Ein paar Fotoschießen hier. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Still. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier die filigranen Gold in Tarsien, dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Cover-Foto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich da hin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt! Erwarten Sie hier bitte. Ich kann... Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Erledigt. Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, ähm, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier... Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Dammentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit? Er musste umplanen. Leise. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ja, klar, ich muss dahin jetzt, aber... Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. Doch, es muss... Er hält etwas in der Hand. Ein Speer oder sowas? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen. Linker Arm runter. Rechte Handfläche weist nach vorne. Hm. Hm. Da ist auch hier das komische Knubbelding, der Speer, oder? Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Ist genau umgedreht wird die Hand. Vielleicht lässt sich das bewegen. Hm. Vielleicht lässt sich das bewegen. Oh Gott. Warte mal. Warte mal. Hm. Warte mal. Hm. Der Kopf schaut nach links rüber. Der Kopf schaut nach links rüber. Und die eine Handfläche nach oben. Okay, schauen wir nochmal. Ich kann ja nichts machen mit der linken Hand drunter. Warte mal. Okay. Aber das stimmt doch schon so. Ihr schaut nach rechts rüber. Die rechte Hand weist nach vorne. Die linke Hand ist unten. Der Mund ist geschlossen, oder? Hier sieht es wieder anders aus. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Was haben wir doch jetzt? Ach so, okay. Fast. Aber ein Teil fehlt. Ja, der Speer. Genau. Die habe ich schon mal gesehen. Nehmen, die tun wir jetzt ran. So geht das nicht. Jetzt. Und dann. Amen. Passt. Ist aber nicht richtig. Hä? Wenn ich mir jetzt das hier anschaue, wäre es ja eigentlich genauso. Ich kann jetzt hier gar nichts mehr machen. Zu Fisk ist sie sicher netter. Wollen wir mal andersrum nehmen? Hm. Nein. Hä? Hä? Verstehe jetzt nicht. Untersuchen. Ja. Hier ist so nichts mehr. Hä? Hä? Kapier jetzt nicht. Passt. Ist aber nicht richtig. Warum nicht? Ich kann doch aber nichts mehr machen mit der Statue. Wollen wir das mal untersuchen. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Das habe ich doch schon. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Ja. Hm. porque du da gonna fall mal aus. Ah, da ist der Speer dort hinten! Der hier wird es sein, oder? Okay, dann probieren wir den mal aus. Ich habe gar nicht gewusst, was ich den auch nehmen kann. Andi! Entschuldigung, Sir! Sie, Sie dürfen nicht... Nicht gut. Wo ist die Statur? Da, da, drin! Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor fünf Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Piet. Ja, gleichfalls, obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Okay, dann müssen wir uns mal schauen, ob wir hier rauskommen. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Piet, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Super. 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 Okay, Pete. Ich hab mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar. Warum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Juhl, bei drüben, meine. Muss leise sein. Oh, das redig doch. Immer mit der Ruhe, Pete. Geil, Opa. Ruhe, gehen, Opa. Immer sachte. Nee, nee, nee. Lässt du jetzt mal da oben stehen? Wow. Fisk hatte viele Sachen. Ein Raum nach dem anderen. Erst die hier, bevor ich weitermache. Das war's. Mit dir eigentlich. Wanda- Nein, warum nicht? Okay, alles klar. 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 Hey, daran erinnere ich mich. Wie hat Fiskus noch genannt? Oh, hier ist ja gar keine. Ich hab' gedacht, die sind hier alle. Hat sich überrascht. Hey, ich hab' ich... Versteck dich! Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs! Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft! Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft, aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister! Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister, versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein, nichts Geisterhaftes, alles okay! Gegen einen Geist kämpfen, bleibt also auf meiner Wunschliste! Geisterhaft! Geisterhaft! Stürp! Stürp! Tägliches Ausdauertraining absolviert. Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was ihr vorliegt. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Geht. 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 Wir haben 2,11 und 10,4. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. 11,5. 10,5. 11,5. 11,5. 11,5. 12,5. 13,5. 14,5. Ungehängt das Ding. 10,5. 18,5. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Hm, naja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie, wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In sechs Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde? Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie, äh, wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Oh, wir sehen nicht glücklich aus. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir jetzt auf der Stelle einen Cut. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Hermann Schult wieder da. Schocker? Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Hermann ist eine Pfeife. Den hab ich vor dem Bettofall wieder in Rikers. War auf jeden Fall eine coole Folge und würde mich freuen. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vermaskierten Kriminellen gerettet hatte. Ja, vom Bett fertig jetzt. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. War auf jeden Fall eine coole Folge, würde ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal mit den anderen Let's Plays. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Euer Andi. und ich würde sagen, wir sehen uns.